Hallo Leute, und da bin ich auch schon wieder, diesmal ohne Hintergrundmusik und ganz plain. Ich habe vor, und ich weiß nicht, wie gut es funktionieren wird, aber ich habe vor, The Elder Scrolls V Skyrim anzufangen. Ich habe irgendwann, als das Spiel rausgekommen ist, schon mal angefangen, bin aber nie weitergekommen. Und ich weiß auch nicht, wie gut es bei euch ankommen wird, aber ich werde das Spiel sowieso spielen, also dachte ich mir, mache ich ein Let's Play raus. Ein Noob-Let's Play. Ich habe zwar so ein bisschen Ahnung von Rollenspielen, aber ich habe noch nie First-Person-Spiele gespielt. Und ja, wie gesagt, mit Skyrim an sich habe ich auch keine Erfahrung. Also wir werden das alles von Grund auf gemeinsam erleben. Freut euch drauf, wenn es irgendwann heißt Let's Play The Elder Scrolls V Skyrim mit Woolly.